Hi, mein Name ist Cory. Heute bin ich in Holland auf der Vivarium. Natürlich haben wir wieder unsere Korallen mitgebracht. Unser Stand super groß, ein bisschen was von unserer Produktpalette. Ich wollte euch aber jetzt ein bisschen mal die gesamte Messe zeigen. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt dran. Viel Spaß! Musik 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 Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gut gefallen. Ich würde mir wünschen, dass ihr nächstes Jahr auch auf die Messe kommt. Bis dann. Tschau! Musik 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 Musik